da kommt ein auto den berg runter die fahr halt nicht an das ist einer jetzt zugriff 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 achtung hände hoch überfall war für den rucksack oder wie schießen ich gehe jedes mal drauf bei der kacke das macht echt keinen bock zu überfallen wenn man jetzt ja das ist voll behindert zwölf sekunden spät hier fährt was auto fährt hier auto kommt ein schwarzes auto ein angelis und ist da drinnen cops oder wie sieht es aus das ist ein anderer typ der verkauft denn es wird sie mir fallen überfaltet sonst bin ich immer noch sauer auf denen er kommt ihr habt ein und halb kilometer bis der medic da ist hier lassen es der 500 metern da hat das auto von dem anderen geklaut ha 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 ich kann es nicht ich kann die waffe nicht mehr ausziehen sowie geht sie in der ja ja schon besser das zeug was sie mir da gegeben hat hat wurde nicht beknallt was haben sie denn da reingezaubert ja ja spezialmischung ne ja das freut mich doch gut dann würde ich Sie vor Ort jetzt lassen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag sollten Sie doch noch einen ersten Abend kommen Sie bitte ins Krankenhaus nach Kavala ja alles klar dankeschön alles klar haben Sie noch einen schönen Tag tschüss Ihnen auch gleich halt hier kommt wieder was von oben vom berg ja dann überfallen wir ja dann überfallen wir ich flieg mal weg damit er denkt dass ich weg also dass ich fertig bin nämlich der wird uns so über die Muschi in den Arsch ficken ja dann überfallen wir den steig raus steig raus überfall den ok du musst starten nein ihr müsst mal mal starten alter was soll denn das ich hab doch gestartet warte dann bist du neben mir ich hab keine Muni ich hab keine Muni komm zu mir du brauchst nur ne Waffe dann kannst du Shift G drücken hier also ihr müsst vorher initiierten er läuft einmal rein er läuft einmal rein läuft er rein er verkauft einmal auf jeden Fall schon lass ihn verkaufen lass ihn verkaufen lass ihn verkaufen Überfall Scheiße Überfall Überfall stehen bleiben lass ihn verkaufen jetzt ich könnte ausrasten ich könnte ausrasten ich könnte ausrasten denn werst die scheiße abgefuckte Pussy sein hier sag mal sag mal warum hat die den nicht verkauft lassen wir können nicht mehr ins Auto dran doch ich hab so ein bisschen auf so ein Auto wenn du immer noch im Mili stehst ich sollte sag mal sag mal was machst du im Mili sag mal was machst du im Mili was machst du hier was machst du hier sag mal was machst du im Mili ich flieg jetzt mal sag mal was machst du im Mili lass mal ihr müsst den verkaufen lassen dann müsst ihr Schiffe aufmachen ihr habt das irgendwie noch nie gecheckt oder? ja dann raubt den jetzt aus es geht nicht es tut es tut wir haben doch den gegen wir haben ihn auch gekillt aber dann könnt ihr zumindest den Hamlet nehmen und den das will ich ja machen ich spawn den Kavala Kira du bist einfach behindert Kira geh mal knacken ich spawn den Kavala und bring Dietrich hier mit wir haben noch so eine ganze Ladung hier dem Dings wird ja nur zweimal verkauft oder einmal das ist so ein Scheiß ja aber es geht einfach darum dass ihr den erstmal verkaufen lassen sollt und dann erst zugreifen nein er hat erstmal einmal verkauft und dann geht hier hin naja aber wir haben Roleplay gewonnen weil Dennis hat ihn ja geschossen ne du hast ihn geschossen ich hab dich gegenseitig gekillt glaub ich ernsthaft ja wenigstens hab ich ihn kill aber wo liegst denn du ein Luxier habt ihr wieder Medic gerufen? ich hab die Schlüssel Pater klar weg Kira du hast den Hamlet vielleicht zick das rechtliche aus dem Hamlet du wirst spoilt Dennis hast du Schlüssel zum Heli? ja fick den Heli weg ja Dennis er probiert an unserem Heli zu knacken wie bitte? wer ist denn unserem Heli? ich bin das ich krieg gleich ne Herzinfarkt ihr WK ich krieg gleich ne Herzinfarkt ihr WK das ist euch bewusst ne? der eine fängt an ja der knackt hier fang weg fang weg fang weg fang weg fang weg fang weg hast du's vertickt? nein nein der Typ kam mit ner Waffe alter wahrscheinlich schon ich hab nen Kavala ich hab nen Hamlet fang mal zum Fahrzeug ist da noch was drin? wie der Typ kam mit ner Waffe da kam so ein Typ mit ner Waffe der kommt jetzt ne Limousine Jörg wahrscheinlich schon ich hab nen Kavala bist du in Kavala gespawnt? ich bin in Kavala gespawnt ich bin in Kavala gespawnt ja warte mal kurz ein Video für nächste Woche ey Digga er ist bei mir mitm er will mich abdrängen fahr bis mal fahr einfach nach Kavala hier ist Safe Zone ich hab ihn gerammt Kira kommen wir nicht nach Kavala zurück komm wir nach Kavala hier ist Safe Zone Digga er fährt mir hinterher einfach ja und jetzt das ist bestimmt sein Mate das ist bestimmt sein Mate der hat kein einziges Mal Roleplay angefangen also kann er sich ins Knie ficken ja der Medic ist wieder da Jotan ich lande im N.D. vom Krankenhaus irgendwie da hinten so er hat mich in die Luft gejagt was er hat mich in die Luft gejagt ja du wir gehen ja zu Support damit das ist mir egal ich hab das nicht aufgenommen ey Digga er macht kein Roleplay und jagt dich in die Luft ernsthaft er ist einfach in mich reingefahren und hat mich in die Luft gejagt kannst du GeForce Experience safe machen? he he boy oooooh der geht hier runter der landet hier gegen wir alter alter Leute ich kauf den nicht komm hin äh was hände wollen auch hände ok erstmal kurz einer einer nur? einer hab ich bis dahin gesehen ne sind zwei was zwei überfallen wir dir oder was mit dir? ob jemand haben müssen jetzt gleich sag euch nicht wie wir wegen sollen ne? ihr macht das ich bin in fünf Minuten bei euch jetzt äh servus wer sind die Pübel? da kommt noch was runter Kire das ist Jörter? nein 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 ich bin noch 15 Kilometer entfernt Kire was machen wir hier? ich bin an der Meli gerade die gucken mich an einfach nur hallo haben die Waffen? ja haben die hallo hallo was machen wir Kire ich weiss nicht warum wir die komm zu mir wir überfallen die jetzt komm wo bist du? ja der ist aber in der Luft der Harvard ich bin noch 14 Kilometer entfernt Jungs sitz an den Heli dran komm mal zu mir und überfall den einen Wichser durch den Heli von denen klauen ja wo bist du denn? gehört der zu euch? ja bitte? gehört der zu euch der Hummingbird hier? ne der gehört sehr sehr wich zu mir ja komm Kire überfall ihn jetzt ja jetzt frag ihn doch gleich dürfen wir euch überfallen jetzt Kire überfall ihn jetzt Kire überfall ihn wir überfall ihn hallo Kire Kire läuft irgendwo rum was machen wir denn jetzt? das läuft das ist schon ein Hummingbird digger ja warte bis er verkauft und dann überfallen wir den ok? also ja jetzt jetzt mach Kire jetzt mach Kire was ist das? mach 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 echt die Leute sag ich ihn so aufsteigen einmal bitte aufsteigen einmal bitte aufsteigen aussteigen aussteigen ich bin noch weg aussteig 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 ich hab mich gewonnen jetzt wirklich weg ich bin lange ich bin nach vorne Es wird da rein, hier runter gehören. Nur ich sehe ihm zu ihm, wir werden alle zu ihm. Hast du ihn, hast du ihn geholt? Nein, er ist abgeholt. Ich bin richtig geschossen. Ich hab alles mal in Zürich geschossen, ey. Da kommen zwei von mir. Leute, rennt irgendwo hin, wo ich euch schnell aufgaben kann. Ihr müsst so schnell in meine Hilfe rein. Wir kennen ihn. Der ist tot. Dennis, kill ihn, er steht auf dieser Dingsbrauch, auf den Schuppenstande drauf. Kill ihn, nimm ihn noch mit. Dennis! Ich kann einfach gut umdrehen, nein, ich bin tot. Du scheiße. Nein, wir testen das jetzt nicht. Nein, hoch geht das nicht. Warte. So läuft das nicht. Oh mein Gott, da kommen zwei Tempest-Box. Scheiße, die können wir nicht ausrauben, oder? Kann kommen so. Scheiße, egal. Nur wenn die herkommen ist... Ey, ich mein zwei Hammond-Box. Oh mein Gott, die parken vorne. Die parken vorne. Das sind nur zwei Leute. Wie ausgerüstet? Äh, Ska. Beide Ska und Ghillie Suit. Der Musik am laufen. Warte, bis die alles verkaufen. Ja, der muss auch kommen. Soll ich starten? Du sollst herkommen, einfach. Ja, klar, ich lauf jetzt zwei Kilometer. Warum bist du zwei Kilometer weg? Nein, ich bin einen halben Kilometer. Ja, das schaffen wir nicht, glaube ich. Oder wir sind zu kacke dafür. Warum bist du zwei Kilometer weg? Ja, komm, go, 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 go. Ich starte. Ich hole euch ab. Ja, hä? Sollen das erstmal verkaufen, weil es so lange dauert, bis die den ganzen Emmet verkauft haben? Ja, nicht so lang. Was? Ja, aber nicht so lang. Die müssen vielleicht drei oder vier Mal laufen. Und jetzt warte nicht zu lange. Geier nicht zu lange. Jetzt geh beide rein. Jetzt... Oh, es ist frei, Dennis. Du machst. Ich kann das nicht machen. Doch, kannst du. Gehst du in Direct Communication? Leute, ich lande da gerade, ne? Rüberfahren! Bache runter! Schieß auf ihn, Kirill! Schieß auf ihn! Rüberfahren! Corona, bitte! Einer haut ab! Was ist die noch? Ja, eigentlich nur das Geld. Lock ihn weiter aus! Lock ihn weiter aus! Lock ihn weiter aus! Lock ihn aus! Bist du am Boden? Mach ich runter! Ja, komm runter! Lock ihn aus, Kirill! Lock ihn aus! Ok, das... Da sind wir leider nicht dran, Schulz. Tut mir leid! Tut mir leid! Tut mir leid! Geh rein! Jetzt weg! Weg, weg, weg! Jaaa! Herzlichen Glückwunsch, dass wir das zweite Mal! wir haben nur den einen ausgeraubt dann ist klar als ob den einen der hat noch nicht alles verkauft denn es ist wieder hingerangt oh nein da kommen welche die wollen uns verfolgen wo kommt welche dicker da war da war ein heli mit denen als links du bist so paranoid ist einfach der wichser liegt er ballert einfach auf mich also hat er auf dich geballert also könnte ich noch einmal killen machen wir oder ich land einfach ein halben kilometer weg ich weiß aber nicht mehr wo er ist Aber wir sind ein guter Truck, oder? Wirklich, n***a? Ich park jetzt hier und gehe raus. Flieg über ihn, n***a. Guck, ob der da noch ist. Der muss hier sein. Wo soll'n der abgehauen sein? Ja, aber guck, wo der ist. Ich hab die Vermutung, dass er im Haus sitzt. Wo soll er sich am besten vercampen von oben? Im Haus? In den Büschen oben oder im Haus? Mach mal so richtig so, dass du an... also probierst zu landen. Soll ich mal einfach landen? Kannst du machen. Du carryst mir den Rücken, falls er kommt? Ich guck grad hier durch die Büsche. Er ist nicht im Dings. Nicht im Haus. Hab ihn. Wo? Ich hab ihn. Hast du ihn gekillt? Hochziehen oder bleiben? Soll ich ihn killen? Kill ihn. Ah, Benzinkanister neben mir. Ich hab ihn hier. Guck mal, er lag hier wo ich bin. Er kannst mit mir kurz mitkommen und den... Hat er auf mich geschossen? Ey, ganz ehrlich, der kann sich ficken, Digga. Der hat geschossen für uns... Ey, äh, kannst du mich kurz hinfliegen zu meinem Heli? Ich weiß drauf. Wir machen eins nach dem anderen. Digga, was? Mein Heli steht da einfach random auf der Straße. Schreib. Schreib. Du wurdest im Cockpit einmal getroffen. Hey, irgendein John Smith redet. Hast du irgendwas reden, Digga? Wo ist es abgeknallt? Auf wen schießt du? Ich schieß auf keinen. Irgendjemand schießt hier. Irgendjemand schießt hier. Wo bist du, Digga? Bist du noch am Leben? Ja, ich bin am Leben. Irgendjemand hat mich angedeppert. Schnell weg hier, Digga. Ich weiß nicht von wo. Ich stand gerade. Ich vermute mal, sei ein Busch, wo er gerade war, Digga. Wenn ich im Heli einsteige, ich krieg gleich eine ab. Ich bin tot. Von wo? Hä? Für Niko war ein Magma wurde ich jetzt gekillt. Ich bin tot. Tätiger? Hast du ihn? Nee, ich bin tot. Echt? Hat er dich gekillt? Ja. Ey, wenn wir in Support gehen, gewinnen wir alles, gell? Wieso? Die haben ohne RP gestartet, auf uns geballert, wir haben ihn erschossen. RP vorbei. Dann kommt irgendein Mate von ihm und knallt uns über den Tisch. Warte, ich mach mal halt. 15 Minuten später. Ich will mal abseilen testen, warte. Auf. Was zeigst du jetzt schon ab? Ich bin tot. Du bist doch ein Idiot. Du bist doch ein Idiot. Du bist doch ein Idiot. Nee. Nee, weißt du was du machen musst? Du musst einfach nur auf der Stelle schweben, weil du dich bewegt hast, wo du dich im Boden geschleudert. Ja, aber sag mal, wer hat, wer hat gerade das Gauke gegeben, das du abseilen kannst? Sag mal. Ihr habt die Seile runtergemacht. Ich hab die nicht runtergemacht. Ey, ich hab die Seile runtergemacht, aber wer sagt, dass du jetzt runtergehen sollst? Wenn Seile runter sind, heißt automatisch runter.